Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Herzlich willkommen zur Besprechung von Lyft. Und zwar nicht der Apfelschorle von der Coca-Cola-Company. Die Grüße an dieser Stelle, könnt jederzeit Werbung einschalten, kein Problem. Wir nehmen jedes Geld. Nein, wir reden über den, ja, wie kann man sagen, neuen Netflix-Film von Kevin Hart, beziehungsweise mit Kevin Hart, von F. Gary Gray, der jetzt am 12. Januar, am Freitag erscheinen wird. Wir konnten ihn vorab sehen, ich bin das eine, das bin ich, der Timo. Und ich hab mir frisch von der Netflix-Couch runtergezogen, direkt ins Aufnahmestudio, die Theresia. Hallo Theresia. Hallo, gut, ich muss ja nur von der Couch zu meinem Tisch rüberwandern, es war jetzt nicht so ein weiter Weg. Ich musste keine körperliche Gewalt anwenden, keine Sorge, ihr müsst nicht die Polizei rufen, sie ist freiwillig hier, oder? Ja klar, natürlich, immer. Gut, dann sind wir schon mal beruhigt. Theresia, wir haben uns beide Lyft vorab angeschaut, äh, angeschaut, nicht eingeschaltet. Und das ist der neue Film von F. Gary Gray, die geneigten HörerInnen kennen den Regisseur vielleicht, der hat zum Beispiel den achten Beitrag zum Fast & Furious-Franchise geliefert. Oder auch einen meiner Lieblingsfilme aus den 90ern, The Negotiator, heißt auf Deutsch Verhandlungssache mit Samuel L. Jackson. Kann man unbedingt mal reinschauen, finde ich richtig gut. Und unter anderem auch einen Film. Und lustigerweise, ohne dass du es wusstest, hat er dich sehr an diesen Film erinnert. Magst du dazu ein bisschen was erzählen? Ja, also ich habe den Film gestartet, ohne jetzt groß Vorkenntnisse vom Film zu haben. Also ich wusste, es geht um irgendeinen geplanten Diebstahl. Und habe mir den so Film so angeschaut und dachte mir, hm, es erinnert mich so ein bisschen an The Italian Job mit Mark Wahlberg. Und ja, habe dann später erfahren, ja klar, ist er auch der gleiche Regisseur. Und ich so, ah, jetzt kommen mir die Parallele natürlich, kann ich mir die erklären. Ja, und ich finde auch, dass es nicht bei der einzigen Parallele bleibt, die du da ausgemacht hast. Also es ist nicht nur der Drehort Venedig da eine Parallele, sondern auch so verschiedene, ich finde so Storybeats, die der dann noch sehr, sehr gleich nimmt. Apropos Storybeats, magst du uns einmal erzählen, worum es in Lyft denn eigentlich geht? Also im Grunde spielt Kevin Hart, also seine Rolle heißt Cyrus Whittaker und er ist der Cop von einer international operierenden Gangsterbande. Und eines Tages taucht seine Ex-Freundin auf, die, wer hätte es geahnt, bei für das FBI arbeitet. Und das FBI braucht eben jetzt die Hilfe von dieser Diebesbande, damit die einem bösen Mann sehr viel, also Goldbahn klauen, damit er damit nicht irgendwelche Terroristen finanziert, um irgendwie noch mehr Geld zu verdienen und die Welt ins Chaos zu stürzen. Und dann planen die eben den Coup, sie müssen irgendwelche Goldbahnen aus dem Flugzeug klauen. Und ja, was da so alles passiert oder schief gehen kann, wird dann im Film erzählt. Prima. Dieser böse, böse, bösewicht wird gespielt von einem doch sehr, sehr bekannten französischen Schauspieler, nämlich von Jean Reno. Und ohnehin ist die Besetzung, wie ich finde, so eines der größten Faustfände und gleichzeitig eine typische Netflix-Besetzung. Wir haben viele bekannte US-Gesichter, natürlich mit Kevin Hart, so einen guten, mit sehr guten Comedian und einen vielleicht weniger guten Schauspieler. Dann haben wir mit Gugu Barta-Raw, das ist unter anderem, die kennen unsere HörerInnen aus der Loki-Serie, das war da die Ravonna Renslayer. Dann haben wir aus Avatar bekannt Sam Worthington, wir haben Vincent D'Onofrio dabei, den Billy Magnussen, der spielte im letzten James Bond bei No Time To Die, den Verräter. Spoiler-Alarm an dieser Stelle, No Time To Die. Und wie ich schon sagte, bekannter französischer Schauspieler spielt den Jorgensen, ein Bösewicht, das ist nämlich Jean Reno. Fand ich sehr lustig, das sind französische Schauspieler, also der Name Jorgensen, das klingt ja mehr so norwegisch-dänisch. Ja, das kommen wir vielleicht zu einer Sache, also was das Drehbuch teilweise anstellt, ist jetzt nicht so äußerst kreativ, aber es kommt vielleicht an anderer Stelle. Was ich ganz lustig fand, der hat mich fast ein bisschen überrascht, dieser Burl Gorman spielt da mit, den kennen vielleicht unsere HörerInnen aus diesen Pacific Rim Filmen, das ist so ein typischer Guillermo del Toro-Schauspieler. Den hätte ich da jetzt nicht erwartet, weil der jetzt auch eher so einen, sagen wir mal, so einen Burschikosen-Charme hat und jetzt eher nicht so den Netflix-Algorithmus bedient, hätte ich zumindest gedacht. Ich hab mich beim Cast generell, also was ist nicht schwer getan, aber ich kannte halt so, also die bekanntesten Namen, eben Kevin Hart, Vincent D'Onofrio, Sam Worthington, Jean Reno, bei den anderen Darstellern, die Gesichter kamen mir irgendwie bekannt vor, aber ich hatte jetzt nicht wirklich auf dem Schirm, woher ich die kenne. Aber es hat mich nicht gestört, ich fand das irgendwie mal sehr erfrischend auch für mich jetzt eher unbekannte oder für mich jetzt nicht so präsente Schauspieler zu sehen, weil ich fand, die haben alle einen relativ guten Job gemacht. Ja, ich muss auch sagen, die Besetzung ist eines der größeren Plus oder einer der größten Pluspunkte zu diesem Film. Hattest du im Vorwege eigentlich irgendwelche Trailer gesehen, die eine Erwartungshaltung bei dir geschürt hatten oder bist du völlig unvoreingenommen und völlig blank in den Film gegangen? Ich bin völlig blank gegangen, weil ich hab jetzt nur kurz drüber gelesen, worum es in dem Film geht. Ich hab mir gedacht, bevor ich den Film anschaue, sollte ich mir vielleicht so grob die Story kennen. Hab mich aber, das war jetzt alles halt leider so kurzfristig, da hab ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich damit beschäftigt und... War auch keine schlechte Idee, den quasi ohne große Erwartungshaltungen, glaube ich, zu sehen. Hm. Ich weiß von dir aus dem Vorgespräch, dass du jetzt nicht der größte Kevin Hart-Fan bisher warst, was so seine Komödie angeht. Ich hatte lustigerweise erwartet, dass das eine deutlich Action-Komödien-lastigere Filmsichtung sein wird und jetzt können wir schon mal vielleicht eine der Fragen beantworten, die unsere Hörer umtreibt, ob sie sich diesen Film anschauen sollen, wenn sie zum Beispiel Kevin Hart eher nicht so gerne sehen. Ich fand, dass Kevin Hart hier in einer seiner ersten Nicht-Comedy-Rollen zu sehen ist. Es gab zwar vor einer Weile den Film Fatherhood ebenfalls auf Netflix, aber sonst ist ja Kevin Hart eigentlich ein reiner Comedy-Darsteller. Hier muss ich sagen, ist er doch sehr, sehr ernst, auch wenn er diesen ganzen Kevin Hart, wenn man es jetzt Charme nennen möchte, also so ein paar Kevin-Hart-Maneurismen hat er natürlich schon drin, aber es ist überraschend ernst, was er so macht. Wie fandest du ihn denn so in einer Nicht-Comedy? Ich fand ihn gut oder zumindest war für mich noch so viel Comedy dabei, dass ich es halt gut finden kann. Es war halt so, also man hat schon noch gemerkt, dass es Kevin Hart ist und so und auch es gibt halt dann quasi halt immer so die Sprüche, es ist halt so ein Action-Film, wo sich halt zwischendrin immer mal so das Team halt so, wie soll ich sagen, so gegenseitig irgendwie Witze zuspielt und so weiter. Also von daher fand ich den Film schon auch noch witzig und unterhaltsam, aber es ist schon mehr Wert auf die Action gelegt und auch die Rolle hier als quasi Boss von dieser Gruppe, von dieser Diebesbande ist schon sehr ernst angelegt und fand ich aber gut. Also ich mochte den Film, also ich mochte Kevin Hart in der Rolle und also wie gesagt, ich habe jetzt nicht so viele Kevin-Hart-Filme gesehen, weil so die Comedy-Sachen von ihm trifft jetzt nicht so ganz meinen Humor, wo ich aber große Freude mit hatte, mit Filmen, wo er dabei war, waren eben diese beiden Jumanji-Filme. Die fand ich wirklich großartig, da habe ich sehr viel schmunzeln und lachen müssen. Ja, ich kenne Kevin Hart auch, glaube ich, erst aus Central Intelligence, glaube ich, hieß der, von Rawson, Martha Thurber mit The Rock und dann habe ich im Zuge dessen ein paar Comedy-Programme von ihm bei Netflix geguckt und die finde ich lustig, also wirklich, da habe ich mich bei einigen gut weggeschmissen. Bei den Filmen ist es genau wie bei dir, also ich finde so die Comedy ist okay, aber nicht so richtig lustig, aber die beiden Jumanji-Filme, vor allem den zweiten, den habe ich sehr lustig empfunden damals im Kino und hatte da eine richtig gute Zeit und ich war jetzt hier echt überrascht, dass er doch sehr, sehr zurückhaltend spielt, eher ernsthaft angelegt ist. Ich finde, er beraubt sich dadurch so ein bisschen diesem, ja, es kann natürlich ein bisschen innervierend und nervig sein so, in Deutschland kennen wir das wahrscheinlich so von Matthias Schweighöfer, wenn das zu sehr drauf ist und zu sehr drüber, aber ich finde, er beraubt sich selber so ein bisschen der Stärke, weil er natürlich so, wenn er auftritt, dann kann er lustig sein, dann hat er so gewisse Funny Bones im Blick und hier spielt er halt dann sehr zurückgehalten und sehr zurücknehmend und das hat mich so, ich sag mal so okay überzeugt. Das war so ein bisschen, ich hatte so ein leichtes Gefühl, als hätte er so Eddie Murphy in Metro gesehen und der nun auch vorher eher Comedy-Darsteller war, auch wenn er die Beverly Hills Cop-Reihe mit ein bisschen Actionanteil dabei hatte, aber der hat ja damals auch gesagt, das war super anstrengend, aber er hatte mal Bock auf so Sly und Arnie zu machen und das hatte ich jetzt hier, ich hatte das Gefühl, Kevin hat versucht so ein bisschen auf Eddie Murphy in Metro zu machen, es hat mich so, geht so überzeugt. Ich finde allerdings, dass er mit dieser, wie heißt sie, Abby im Film, genau, also die Darstellerin von Ravonna Rensley aus Loki, die hatten schon eine ganz okaye Chemie, wie war das da bei dir? Ja, das finde ich auch, das hat gepasst, also es wird ja so ein bisschen erzählt, woher sich die kennen und so und ja, es ist natürlich eine witzige Verbindung, wenn er halt hier der Dieb ist und sie ist halt beim FBI, aber ich finde auch, das hat gepasst und ich muss sagen, ich fand jetzt, also ich konnte jetzt Kevin Hart diese etwas ernste Rolle schon abnehmen, also ich hatte nicht so viele Probleme. Ich glaube, wenn man aber heute so die ganzen Comedy-Sachen von ihm mag und die Filme, weiß nicht, ob es einem dann schwerfällt, ihn in dieser Rolle irgendwie wirklich, ja, mehr abzunehmen, als wir jetzt wir. Also ich, wie gesagt, also ich fand es schon ganz gut. Es ist, also wie Sie sagen, mir hat es sogar besser gefallen, als halt eben die anderen Filme, weil ich mit den anderen Filmen halt nicht so viel anfangen konnte. Also von daher, glaube ich, weiß nicht, ob es sich manche dann vielleicht schwer tun, ihm diese etwas ernste Rolle wirklich abzunehmen. Ja, ich glaube, ich finde es ganz gut, dass er zumindest versucht, ein bisschen aus seiner, in Anführungsstrichen, Komfortzone herauszukommen und mal was zumindest ein bisschen anderes zu machen. Ich glaube, gerade bei seinem großen, im wahrsten Sinne des Wortes, großen Buddy the Rock ist es ja mittlerweile sehr eingefahren. Da habe ich jetzt vor kurzem von einem kommenden A24-Projekt gehört, wo ich sehr neugierig bin, weil es mal auch wirklich da bei ihm der Tritt aus der Komfortzone sein könnte. Und bei Kevin Hart muss ich sagen, ich fand das ganz gut, dass er jetzt mal überlegt hat, ich mache mal was anderes. Denn das können wir, glaube ich, an dieser Stelle schon sagen, ohne zu spoilern. Das ist, weil du ja auch sagtest, der hat so leichte bis schwere Italian-Job-Vibes. Das ist jetzt kein Actionreißer oder keine große Action-Komödie, sondern es ist so ein, ja, fast schon klassisches Heist-Movie, muss ich sagen. Also ich fand immer den Moment, wo es um den Heist geht, fand ich sehr interessant. Allerdings erklärt er mir den Heist doch ein paar Mal zu oft, weil er jetzt nicht so komplex war, wie man das zu nehmens angenommen hat. Wie war das bei dir? Ja, es wird jetzt sehr viel Zeit in diese Vorbereitung gelegt. Also was muss man alles tun? Jeder aus dem Team hat so seinen Job und muss sich dann um seinen Part quasi kümmern. Dann gibt es natürlich Probleme, die gelöst werden müssen. Also es wird schon wirklich viel Zeit auf diese Vorbereitung, auf diese Hinarbeitung. Und das war eben auch so, das, was mich eben an Italian-Job erinnert hat, war es ja auch so. Es gab viel zu observieren oder viel zu vorher, Informationen einzuholen, um dann den perfekten Plan zu entwickeln. Mir war dann schon klar, dass es wahrscheinlich wieder so einen Plan in der Hinterhand gibt. Es gibt so quasi, es gibt so den offensichtlichen Teil und dann wieder so einen, wo man danach noch sieht, okay, dann wird noch irgendwas kommen. War mir jetzt halt klar, weil es ist halt so dieser klassische Film, würde ich mal behaupten. Und eigentlich rechnet man die ganze Zeit damit, irgendwo wird noch was passieren. Fand es aber halt eben ganz spannend, was es da halt für Probleme gibt. Es stimmt schon, es wird zu oft erklärt, wie dann jetzt der genaue Plan ist. Aber du weißt ja genau, wenn die dann starten mit ihrem Plan, irgendwas wird halt schief gehen, ob es gewollt ist oder nicht. Mein kleineres Problem war, dass ich so auf dem Weg zum Heist manchmal so ein bisschen mich, also es gibt so Momente, wo es mich sehr an Ocean, in die Ocean-Trilogie erinnert, war es das Recruitment. Also das Rekrutieren, da bauen sie da noch ein und da noch ein und da noch ein, aber am Ende fand ich das Team doch relativ üppig und muss sagen, dass da nicht jeder für mich zumindest so zum Tragen kam, was so seine genaue Funktion war. Aber was da noch so ein bisschen erschwerend dazukommt, ist, dass der Film dann damit arbeitet, dass immer eingeblendet wird, welche Funktion sie quasi haben. Also Kevin Hart ist glaube ich der Boss und sie ist die Pilotin eine und der nächste ist das Brain und der ist dann das und dies. Und irgendwann dachte ich so, okay, ich bin selber jetzt nicht lost, aber ich bin zumindest kurz davor, weil ich nicht so ganz weiß, wie viele sind es jetzt eigentlich und welche Funktion haben die jetzt nochmal und was genau müssen die machen. Und dementsprechend ist das Team schon relativ groß und üppig. Gleichzeitig sorgt das dafür, dass natürlich vom relativ großen Cast eine Menge so eingebunden werden, so mehr oder weniger geschickt. Also ein, zwei Running Gags, die so ein bisschen durch die Gegend getreten werden und einige haben für mich funktioniert, andere nicht. Wie war das bei dir? Ja, also ich kann es nachvollziehen, dass ich konnte das Team schon noch so auseinanderhalten und wusste schon, wer was für einen Plan hat. Aber ich war auch erstaunt, wie viele Personen da mitwirken bei dem Plan. Und vor allen Dingen fand ich es schade, dass halt so dann der ein oder andere Teil von dem Team, fand ich halt dann die Zeit, die aufgewendet worden ist, um halt seine Rolle zu erklären, fand ich jetzt ein bisschen wenig. Also ich denke halt eben da an Vincent D'Onofrio, wo ich mir gedacht habe, ja okay, er ist schon auch ein wichtiger Part, aber irgendwie sieht man ihn relativ wenig. Da dachte ich schon, finde ich jetzt irgendwie schade, dass nicht alle irgendwie so diesen gleichen Stellenwert haben. Ja, gerade den fand ich sogar fast verschenkt. Also der macht in den wenigen Momenten, die er hat, macht er durchaus Spaß. Am Anfang wurde so ein bisschen mit meiner Erwartungshaltung gespielt, weil ich nun es sehr gerne mag, wenn Vincent D'Onofrio auf der bösen Seite ist. Aus Spoilergründen werden wir jetzt nicht verraten, ob er das ist oder nicht. Ich kann aber so viel verraten, dass er am Ende des Films gar nicht so viel auf der Bildfläche ist und zu tun hat. Und es gibt so ein Mysterium um seinen Namen, was dann später aufgeklärt wird, was durchaus amüsant ist, aber was für mich ein bisschen verpufft, weil es da zu wenig in diesen, also der Aufbau für diesen Gag am Ende, der auch nicht so ein richtiger Gag ist, der ist nicht so richtig gelungen, weil sie das nicht so richtig hinkriegen. Ja. Und wie gesagt, ich hatte jetzt nicht die Probleme wie du. Also ich bin jetzt da schon durchgestiegen, wer jetzt was im Team macht. Also von daher, aber wie gesagt, ich habe mich angewundert, dass es heute generell so viele sind. Und wo ich immer so Probleme hatte, ist, ich wusste nicht, wie viel Zeit das da immer vergangen ist. Und dann waren die hier mal kurz in Venedig, dann waren es in London, dann waren es in Brüssel, dann wieder zurück in, wo auch immer die den Crew geplant haben. Also ich bin da irgendwie nicht mehr mitgekommen, wie viel Zeit das vergangen ist. Also das ist, was ich irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt habe, wie viel Zeit, wie viele Tage sind vergangen. Ja, und dann gibt es ja noch so einen Moment, wir haben ja noch einen großen Director of, ich weiß gar nicht, war er dann von Interpol im Endeffekt, ich glaube ja, gespielt von Sam Worthington, der dann nochmal so ein bisschen Druck macht, weil sich die Pläne des Bösewichts nochmal ändern und das Ganze nochmal vorverlegt wird. Und das war so ein Moment, das hätte ich eigentlich gar nicht gebraucht. Auch das erinnerte mich wieder sehr an The Italian Job, wo irgendwie der Edward Norton Charakter irgendwann seinen Tresor irgendwie, dass er davon nicht nur einen hat, sondern drei und dass er das jetzt auch wegladen will und das vorzieht und so weiter. Also es sind wirklich, die Storybeats sind fast exakt die gleichen wie bei Italian Job, nur dass das Ganze dann ja nicht in einer Kanalisation endet, sondern tatsächlich in einem großen Flugzeug, denn dieser Heist soll an Bord eines Flugzeugs stattfinden. Wie fandst du denn das Setting für diesen Heist? Denn wir dürfen nicht vergessen, so ein Heist-Movie kann natürlich von zwei Sachen profitieren, entweder ist die Chemie relativ gut unter den Beteiligten oder aber der Heist ist relativ spektakulär. Fangen wir mal das Erste an. Wie fandst du die Chemie innerhalb des Teams, so unter den Schauspielern? Hat das für dich funktioniert? Ja, das hat für mich funktioniert. Das war okay, das Setting. Also ich habe mir schon gedacht, ich fand es okay, dass es im Flugzeug ist. Sie haben mir gedacht, okay, warum jetzt Flugzeug? Man hat ja schon alles mehr gehabt. Flugzeug, Zug, LKW, Schiff, es gab ja alles schon mal. Also okay, da habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist es halt dieses Mal ein Flugzeug. Ich fand jetzt auch den Plan, wo die dann gehabt haben, ganz okay und ganz spannend, wie sie das dann lösen mit dem zweiten Flugzeug. Habe mir dann nur gedacht, in dem Flugzeug, da gab es ja dann diese erste Klasse und ich habe mir gedacht, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Flugzeug so viel Platz hat wie die da jetzt in der ersten Klasse. Weil ich habe mir gedacht, das muss ja ein Megaflugzeug sein. Das fand ich ein bisschen schwer glaubwürdig. Also es hat alles gut ausgeschaut, aber ich fand es halt irgendwie schwer glaubwürdig. Ich meine, ich war zwar auch schon mal im A380, aber ich habe mir gedacht, nee, kann man nicht vorstellen, dass es diese Dimensionen hätte. Das fand ich ein bisschen schwer. Dann gab es so, ja, wo ich dann auch ein bisschen geharrt habe, bei manchen CGI-Sachen, weil man dann wirklich auch gemerkt hat, okay, es ist jetzt nicht das beste CGI. Ähm, nett formuliert. Ja. Also so die Landschaft, wo die dann halt so in Not landen musste, habe ich mir gedacht, nee, es stand schon echt nicht wirklich schön aus. Und wir haben mir gedacht, ja, hoffentlich gibt es hier nicht so viele Szenen. Ähm, aber im Großen und Ganzen war dann die Optik schon auch für mich wieder okay. Hm, ja. Ich hatte es im Vorgespräch schon gesagt, ich finde immer, wenn CGI im Spiel ist und es spektakulär aussehen soll, versandet für mich der Film total. Weil ich fand gerade so die Innenaufnahmeflugzeug, wie du auch schon so schön beschrieben hast, ich war noch nie in so einem Ding. Ich habe aber auch Flugangst wie Hulle. Die fand ich gut. Ähm, ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass es so üppig Platz ist in solchen A380ern oder was auch immer das für ein Flugzeug sein sollte. Aber immer, wenn es so Außenaufnahmen gab, auch von diesem zweiten Flugzeug, was ja eine Rolle spielt, Computerspiel-Ästhetik. Microsoft Flight Simulator sieht, glaube ich, teilweise besser aus. Das war wirklich nicht schön und irgendwie endet das ganze Jahr dann an einer, an einem sehr abgelegenen Flughafen im Schnee und das sah alles, finde ich, so unecht aus. Das hatte schon fast Asylum-Charakter. Also, wie so häufig in letzter Zeit, gerade bei Netflix-Filmen, die CGI-Effekte waren nicht gut. Darunter leidet der Film, finde ich, nur eine kurze Zeit, weil er, das muss man ihm endlich wirklich zugutehalten, er hat im Gegensatz zu vielen anderen Netflix-Produktionen, finde ich, eine ganz okaye Länge. Ja, und ich finde, er hat auch keine Länge drin, also ich fand das eigentlich schon alles zügig und flüssig erzählt. Ja, also auch wenig Story-Ballast, es gibt so den einen oder anderen Schlenker noch bei der Rekrutierung, aber ansonsten gibt es wirklich sehr straightforward erzählt. Es gibt keine großen Twists und Überraschungen, wenn es jetzt um Seitenwechseln von irgendwelchen Figuren angeht, sondern eigentlich nur ein bisschen manchmal, um die Dynamik nochmal zu beschleunigen. Aber ansonsten war es schon okay. Mein eher größerer Kritikpunkt ist der Heist an sich, denn dadurch, dass dann irgendwann an Bord des Flugzeugs so viel passiert, kommt der so ein bisschen zu kurz. Da kann also wirklich nicht so richtig Spannung erzeugt werden, ob jetzt dieses Gold-Klauen denn klappt oder nicht. Das wird dann fast auch kurz zur Nebensache, weil irgendwie hat man manchmal auch so das Gefühl, zumindest war es bei mir so, dass das Gold ja selber gar nicht so das größte Ziel ist, sondern eigentlich ja nur zu verhindern, dass dieser Big-Bad-Genre nur dieses Gold kriegt, um damit was zu finanzieren. Ob das jetzt auch so sinnvoll ist, als jemand, der böse im Schilder hat, etwas mit Gold zu finanzieren und nicht mit Geld, das sei mal dahingestellt. Aber da hatten sie natürlich einen ganz guten Trick, weil ich glaube, die Kontaktperson irgendwie nur Gold akzeptieren wollte oder so. Ich kann mich da nicht mehr so gut erinnern. Ich weiß auch nicht, warum die das jetzt in so einem öffentlichen Flugzeug gemacht haben, der einfach irgendwie so eine Privatmaschine gehabt hat. Ja, keine Ahnung. Also manche Sachen kann man schon in Frage stellen. Ja, der Ablauf vom Heist war dann schon, also man hat schon ein bisschen mitgefiebert. Es ist halt dann nicht irgendwie, warum muss jetzt nochmal so viel schief gehen? Ich habe das nicht verstanden. Also da gab es so ein Störgerät, das ist dann irgendwie nochmal ein bisschen in den Brüch gegangen und muss dann auf die letzte Sekunde noch repariert werden. Und es gab halt so Sachen, wo ich mir gedacht habe, wäre jetzt irgendwie nicht nötig gewesen. Da hätte man jetzt vielleicht auch das Augenmerk auf was anderes lenken können. Aber fand ich dann noch okay. Und ich hatte dann also, also mein größeres Problem war dann so generell dieser Showdown dann mit dem, mit eben dem Fiesling, der das, also mit Jean Reno eben, der die Goldbahn ja haben wollte. Wie die das dann gelöst haben, dass halt Jean Reno jetzt quasi das Gold nicht bekommt, das fand ich dann irgendwie ein bisschen schwach. Wo man mir gedacht hat, ja, das ist jetzt, das ist jetzt, das ist jetzt einfach die Lösung so einfach. Ja, ich muss auch sagen, wo du gerade das Stichwort Jean Reno genannt hast, ich fand auch jetzt den als Bösewicht, der hatte natürlich auch eine wirklich begrenzte Screentime und konnte nicht so viel machen. Aber ich habe irgendwie, ich habe ihn auch lange nicht gesehen, muss ich ehrlicherweise, dann habe ich mich eigentlich gefreut, dass Jean Reno mitspielt. Ich wusste das nämlich im Vorwege nicht, hatte das nicht gesehen. Aber wenn er dann auf der Bildfläche ist, dann hat er A, nicht viel zu tun und B, ich fand es jetzt dann auch nicht so brillant gespielt, was natürlich wahrscheinlich auch etwas an der Sprach, in Anführungsstrichen, Barriere liegt. Ich meine, hat Giorno auch schon vor 20 Jahren in Hollywood Filme gedreht oder in Amerika, aber irgendwie so richtig einschüchternd als Bösewicht fand ich ihn nicht. Da gefiel mir sein Henchman, dieser Byrne Gorman, als so seine Nummer 1 quasi, die gefiel mir sogar ein bisschen besser, auch wenn er noch weniger Zeit hat. Sie haben immer versucht, viele Szenen reinzubringen, um zu zeigen, oh, Jean Reno ist der Böse. Auch da am Anfang, ich habe mir auch gedacht, da haben sie dann irgendwie so einen Gefolgsmann von ihm irgendwie noch umgebracht, um halt zu sagen, ja, er kennt keine Gnade und er bringt irgendwie immer jeden sofort um. Und ich fand es auch schwer, immer den Bösen wirklich abzunehmen, dass sie jetzt irgendwie die Bösen oder halt nicht die Netten sind, weil es irgendwie, es kam irgendwie nicht ganz rüber, dafür war wirklich zu wenig Zeit. Ja, das ist dann wieder so die Screentime, die vielleicht ein bisschen sinnvoller investiert gewesen wäre, wenn man es ein bisschen ausbaut, aber irgendwie, ich weiß nicht, dafür waren mir am Ende auch zu viele Agenda auf den, oder Agenden auf der Tagesordnung, da hatten wir halt den Genre No-Charakter, haben wir noch einen zusätzlichen Charakter, dann haben wir noch so ein bisschen, ja, die Beziehung zwischen zwei Figuren, die so ein bisschen da rein spielt. Und dann ist da ja noch Sam Worthington so als Direktor von Interpol, der nochmal so einen zusätzlichen, bärbeißigen Meme soll. Ich muss sagen, ich glaube, ich finde es ganz gut, wenn Sam Worthington bei den Avatar-Filmen bleibt und das hätte ich vor ein paar Jahren nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde. Den fand ich wirklich vom schauspielerischen her mit am Enttäuschen. Ja, und ich fand da immer, also immer wenn er aufgetaucht ist, das waren ja immer so kurze Momente, das war leider genauso wie bei Schorino, der ist immer noch Kummer, ja, wir haben jetzt hier den Volksmann gefunden, er ist tot, ihr müsst vorsichtig sein. Und dann so beim zweiten Mal, ja, er hat das vorverlegt, wir müssen es jetzt in den zehn Tagen erledigen. Also, ich habe immer nicht verstanden, warum jetzt diese Rolle da sein musste, um einfach immer nur schlechte Nachrichten zu überbringen oder so offensichtliche Sachen zu sagen. Und ich habe mir gedacht, ja, wieso, das hätte jetzt auch jeder andere spielen können. Ja. Würdest du denn für unsere HörerInnen so als Abschluss sagen, also kann man sich schon mal angucken, ist kurzweilig oder bist du eher so, dass du sagst, nee, das ist schon so auf einer Stufe mit Red Notice und schon wieder einen Namen vergessen, Heart of Stone mit Gal Gadot. Wie bist du da, was sagst du dazu? Würdest du eine Empfehlung aussprechen oder eher nicht? Ich würde eine Empfehlung aussprechen. Also ich muss sagen, ich habe jetzt nur den Red Notice gesehen und fand den wirklich, also hier ist dieser Filmlift deutlich besser als Red Notice. Red Notice fand ich. Wer eben Italian Job gut fand, glaube ich, wird da jetzt halt auch unter den paar Abstrichen, die wir genannt haben, vielleicht auch seinen Spaß haben, denke ich. Es ist ein unterhaltsamer, kurzweiliger Film und ist halt so ein klassischer Heast-Film und macht man jetzt nichts verkehrt. Und ich glaube, so für einen Freitagabend oder Wochenende kann man sich den gemütlich auf der Couch ansehen. Ja, gehe ich mit. Also ich würde auch eine milde Empfehlung aussprechen, wenn man jetzt nicht so wie wir vielleicht sich im Jahr mehr als 20 Filme anguckt, dann kann man damit sicherlich noch mehr anfangen, wenn man also wenig schaut. Wenn wir ein bisschen auf die erfahrenen Hasen gucken, dann denke ich so, also ich finde auch, er ist so ein bisschen besser als Red Notice, er ist deutlich besser als Heart of Stone, das ist aber auch nicht schwer, muss man an dieser Stelle ehrlicherweise sagen. Es ist halt aber auch wieder, wie man so merkt, es ist Content. Ich glaube nicht, dass der auf der großen Leinwand großartig funktioniert hätte, weil er auch da nicht die Bildgewalt hat. Aber den kann man sich schon geben und der ist, wie gesagt, das ist kein zweieinhalbstünder, das ist heutzutage auch mal eine Leistung, sondern der ist so in 100, 105 Minuten ist der durch und dann ist der auch erledigt. Ich glaube allerdings, dass wir in fünf Tagen schon alles vergessen haben werden, weil er wirklich keinerlei erinnerungswürdiges sehen hat. Ja, es ist halt so ein klassischer Film. Es ist jetzt, glaube ich, nichts, was man noch nicht gesehen hätte, außer man hätte wirklich noch keine Filme gesehen. Ja, so ist es, genau. Prima. Ja, apropos keine Filme gesehen. Wenn ihr keine Filme seht, sondern nur unseren Podcast hört, dann macht ihr das ja, glaube ich, so halbwegs richtig. Denn ihr besucht dann regelmäßig unsere Homepage www.tele-stammtisch.de und ihr habt dann auch schon brav und artig unseren Podcast abonniert, oder? Und wenn nicht, dann müsst ihr das unbedingt mal nachholen, denn ich finde, das solltet ihr unbedingt tun, damit ihr keine folgen, und wir haben ja eine Menge Folgen und eine Menge, was wir euch so in der Woche an Besprechungen liefern. Vor kurzem jetzt ja auch zur neuen Marvel-Serie war es, da könnt ihr also immer bei uns einschalten. Uns findet ihr ansonsten, Theresia, weißt du ja auch immer überall, wo es Likes gibt und wir würden uns, glaube ich, auch über eine Bewertung von 5 Sternen bei Spotify oder Apple Podcast freuen. Ja, natürlich, unter 5 Sternen geht nix. Theresia macht unter 5 Sternen nix, weder Hotel- noch Podcast-Bewertung, müsst ihr euch merken. Ja. Prima. Ansonsten war es das von meiner Stelle aus, wie gesagt, im Lift könnt ihr ab dem 12. Januar 2024 bei Netflix schauen. Ich bin still und verabschiede mich an dieser Stelle, wünsche euch einen schönen Morgen, einen schönen Abend, eine gute Fahrt oder ein schönes gerade in der Pause oder beim Einschlafen hören. Und die Theresia hat das letzte Wort. Oh, vielen Dank. Ich hoffe, der Podcast hat euch Spaß gemacht oder vielleicht auch Lust auf den Film. Ansonsten, wir haben sehr viele andere Besprechungen, in die man gerne reinhören kann. Vielleicht ist ja da für euch das eine oder andere dabei. Macht es gut und wir hören uns das nächste Mal. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.